Die junge Eisenbahnpioniertruppe sorgt für rascheste Wiederherstellung der Bahnen und Brücken im besetzten Gebiet. Der beste Kamerad des deutschen Soldaten ist der Rüstungsarbeiter. Seine Qualitätsleistung ist durch die Überlegenheit der deutschen Waffen voll erwiesen. Unter dem Befehl des Chefs der Heeresrüstung und des Befehlshauers des Ersatzheeres General der Akkillerie Fromm sind in der Heimat die notwendigen Reserven bereitgestellt worden. Unter der Führung der Generäle von Weix und Strauß sind die zweite und neunte Armee in die neue Front eingeschoben worden, die jetzt an der unteren Somme und an der Aen gebildet wird. Trotz der großen Marschleistungen ergeben sich einige Ruhetage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Lotte aufgepasst Meine Wahl ist bestimmt noch frei Morgen ist der Krieg vorbei Morgen ist der Krieg vorbei Meist die Abschiedsstunde schlug, diese Lotte heißt es noch Jeder Lotte weiß nach ihr Fluch und dann hat die Köpfe hoch Und sie singen, diese Lotte Sie können es aus unten wählen In der ersten, zweiten Runde Und die dritte, wenn sie spielen Unterhand, wir trinken fast Die Schlotte aufgepasst Meine Wahl ist bestimmt noch frei Morgen ist der Krieg vorbei Morgen ist der Krieg vorbei Diese Lotte, diese Lotte Morgen ist der Krieg vorbei Und die dritte, wenn sie spielen Als der erste Schlussland geht Diese Lotte kommt das Herz Und jeder, der gut führen will Und das macht den Frauenherz Und sie singen, diese Lotte Sie können es aus unten wählen In der ersten, zweiten Runde Und die dritte, wenn sie spielen Unterhand, wir trinken fast Und die Schlotte aufgepasst Meine Wahl ist bestimmt noch frei Morgen ist der Krieg vorbei Diese Lotte, diese Lotte Morgen ist der Krieg vorbei Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Unsere Armeen sind heute früh in breiter Front zu neuem Angriff gegen das Heer Frankreichs angetrieben. Der Übergang über die Somme und den Oase-Ehm-Kanal wurde erzwungen. Frankreich setzt alle seine Hoffnungen auf den neuen Generalismus Weigern und seine Verteidigungsstrategie, die Weigernlinie. Jedes Dorf und jedes Wäldchen auf dem Südufer der Somme ist in eine kleine Festung umgewandelt und soll bis zum Letzten verteidigt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In diesem Kampf der Stoßtrupps und Sturmgeschütze greift in ihrer Waffenkameradschaft viele Male bewährt die Luftwaffe ein. Feindliche Flugabwehr schießt Schnellfeuer. Untertitelung des ZDF, 2020 5-6-0. Sturzkampfflieger zerschlagen gleichzeitig die rückwärtigen Verbindungen des Feindes. Sturzkampfflieger zerschlagen gleichzeitig die rückwärtigen Verbindungen des Feindes. Sturzkampfflieger zerschlagen gleichzeitig die rückwärtigen Verbindungen des Feindes. Vielen Dank.